Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Wolfgang Hauber. Genau wie ihr habe ich auch schon seit mehr als einem Jahr auf Familienfeiern verzichten müssen. Und ich gebe ehrlich zu, die geselligen Zusammentreffen bei Kaffee und Kuchen fehlen mir sehr. Klasse, wenn das bald wieder möglich ist. Und stellt euch mal vor, wie es sein wird, wenn wir uns wieder ohne Maske begegnen können. Wenn wir das Lächeln in den Gesichtern unserer Mitmenschen wieder sehen können. Früher Normalität und leider noch eine ganze Weile purer Wunschtraum. Aber dieser Tag wird kommen. Und als Landtagsabgeordneter, der sich so gern für unser schönes Weißenburg und die ganze Region einsetzt, möchte ich natürlich auch wieder Veranstaltungen besuchen können, um direkt von unseren Bürgerinnen und Bürgern, Bekannten und Freunden zu hören, was sie bewegt. Auf all das freue ich mich und wünsche euch auch weiterhin beste Gesundheit und viel Kraft für diese schwere Zeit. Alles Gute und auf bald! Auf all das, wenn wir uns wiederholfen, können wir uns wiederholfen, können wir uns wiederholfen. Und wir können uns wiederholfen, wenn wir uns wiederholfen, können wir uns wiederholfen. Vielen Dank.